Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Oddworld Apes Exodus. Wir haben heute den 8.11.2018 um 7.35 und 6 Sekunden. Guten Morgen! Ja, ich wollte jetzt hier gerne mal weitermachen. Ich habe jetzt leider nicht geguckt, ob ich alle Mojaken habe. Aber ihr habt nichts gesagt, deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich da immer noch gut dabei bin. Ach, da wollte ich doch gar nicht rein. Ich wollte doch unten links. Ach, egal. Ja. Hier gibt es zwei Mojaken. Es ist Zeit für die Soulstorm-Fragestunde. Frage, was passiert, wenn ein Mojaken Hilfe schreit? Antwort, jeder Slick in Hörweite kommt sofort angeschossen. Haha, angeschossen. Ich finde das Wort bestuhlt auch so lustig. Ich habe nämlich, ähm, letztens Karten für... Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich den Namen irgendwie richtig ausspreche. Özcan Kroza heißt der, glaube ich. Das ist so ein, so ein Comedian. Kabarettist, whatever. Und, ähm... Auf den Karten steht bestuhlt drauf. Ich habe mal... Ich glaube, meine ersten Fahr-in-Urlaub-Karten, da stand auch unbestuhlt drauf. Da war ich sehr froh, dass alles unbestuhlt ist. So. Okay. Oh. Oh. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass der gute Mann da oben ein bisschen pisst ist. Naja. Wir sind ja noch nicht weit gekommen hier. Musik ist wie immer gut. Was war das denn? Da war die Klappe noch nicht ganz zu und da ist er ein bisschen runtergefallen. Da hat sich der Spieler aber doch gedacht, nee, der kann jetzt nicht sterben, weil dann wird sich der Spieler aufregen. Deswegen tun wir ihn einfach mal kurz fallen lassen, aber dann wieder vernünftig dahin stellen. Wir haben heute Donnerstag übrigens und ich freue mich auf Freitag. Und dann mache ich einen Zwischenstopp da in der Mitte. Das war doch gut. Okay. Das war doch gut. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn wir einmal drei gedrückt halten und versuchen durchzuspringen. Aber es muss so funktionieren, weil wir können uns ja in den Grün stellen. Wunderschön. Wunderschön. Ich hätte es nicht schöner machen können. Moment, den können wir übernehmen. Wie gesagt, machen wir das mal, ne? Wir können nochmal weiter rumdrücken. Wir machen mal Quick Save. Ähm. Moment. 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 Ah. Okay. Aber dürften ja jetzt eigentlich keine mehr kommen. Oh. Weil das sind die zwei, die, glaube ich, da stehen. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir hier das Wettbewerb genommen haben. Weil das ist doch ein bisschen blöd. Ich finde das lustig, wie man immer hört, wie der Hebel da gezogen wird. Ja, das fahrt hier. Wir kommen auch nicht mehr zurück. Sehr leider frei. Die Frage ist jetzt, gehen wir nach oben oder gehen wir nach unten? Der wird Hilfe schreien. Deswegen gehen wir nach oben. Ne, nach unten meine ich. Hilfe! 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 Achso. Das war, glaube ich, doof. Aber komm, du mal mit, dann fliegen wir zusammen in den Tod. Dann muss ich jetzt erstmal wieder da hoch und den Hähnchen hier runterlassen. Moment, ich will gucken, ob ich da dran komme, weil das ist nicht gelb. Nee, das ist komisch. Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hier kann ich dran und das ist genau die gleiche Höhe. Na gut. So. Keiner. Und nee, jetzt muss ich nach oben. Das ist mir noch gar nicht passiert so, dass der Hilfe geschrien hat. Obwohl ich gar nichts gemacht habe. Der hat mich nur gesehen. Na gut. Ähm. Okay, dann fangen wir die nach unten. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Jetzt können wir hier hoch. Jetzt können wir ihn benutzen. Hilfe! Ich hoffe, dass der Gute auf mich hört und ihn jetzt gleich nicht erschießt. Also uns. Okay, der schießt uns nicht über den Haufen. Okay. Okay. Entsorgt. Hä? Ich weiß nicht, ob wir einen Slick brauchen. Oh, wie hat das denn? Ähm. Wie machen wir das denn? Ich würde sagen, wir brauchen hier doch einen. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn wir Hilfe rufen. Was ist das so laut, ey? Die Frage ist, wie kriege ich den da hin? Ich muss jetzt echt den erstmal wieder loswerden hier. Oh, komm. Machen wir mal. Entsorgungsteam. Oh. Oh, das ist glaube ich nicht so schön. Wie schlimm ich hier bin. Oh, der ist weg. Der ist auch okay. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Na gut. Schluss damit. Nein. 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 Sorry. Okay. 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 Aber den könnte ich eigentlich auch mal entsorgen. Hilfe! 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 Oder... Nee. Hier ist nichts mit entsorgen. Hier ist nichts mit entsorgen. Oh. 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 Sorry. Okay. Äh. Warte. Okay. Okay. Das habe ich mir nicht. Okay. So. Wo kommen die denn hin, die beiden? Habe ich hier schon irgendwo mal... Komm, ich schleif die mal hinter mir her. Ich schleif die mal hinter mir her, weil es kann auch sein, dass hier hinten was ist. Warte. Okay. 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 An der Arbeit. Okay. Dann muss ich wieder nach unten. Oh. 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 Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh. Meine rechte Hand schläft ein, das ist sehr unvorteilhaft. Achso, da kann ich mit ihm hier rüberspringen, auf jeden Fall. Machen wir mal Quick Save hier. So. Damit wollen wir wahrscheinlich... Achso. Das hier auch. Hey, da macht's euch! Hey, da macht's euch! Mh... Moment... Moment! Ich weiß gar nicht, ob das so gut war, dass ich auf euch könnte, nicht platzen lassen und neu hier hinlaufen. Äh... Hilfe? Komm her, du Pisser! Dass man die mal angucken muss, ne? Ah, da ist der Vogelkreis! Ja, mehr können wir jetzt mit dem hier nicht anfangen, ne? Äh... Na gut. Es wär's schön, wenn man denen sagen könnte, die sollten sich selbst umbringen. Dann hat man mit denen nichts mehr am Hut. Wir alle! Juk, Juk! Oh, da fällt mir grad was ein. Ich krieg die gar nicht hier runter. Okay, okay. Das ist nicht so schön. Okay, okay. Das ist nicht so schön. Ich muss Leute sagen... ...